So, der zweite, sechster Schlagrhythmus mit den Kürzstöcken ist der Schlagrhythmus, wo man den zweiten und fünften Schlag von unten macht. Auf Englisch auch gern heaven and earth Six Count genannt. Wir machen ihn einfach mal. Eins von oben, zwei von unten, drei von oben, vier von oben, fünf von unten, sechs von oben. Eins, unten, drei, vier, unten, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins. Falls ihr euch das Video von dem ersten sechster Schlagrhythmus schon angeschaut habt und den ein bisschen geübt habt, dann kombiniert doch beide. Immer abwechselnd den ersten Rhythmus und dann wieder den zweiten Rhythmus, den ersten Rhythmus und dann wieder den zweiten Rhythmus. Erster Rhythmus, alles von oben. Zweiter Rhythmus, zwei und fünf von unten. Erster Rhythmus, alles von oben. Von unten. Von oben. Von unten. Von oben. Von unten. Von unten. Von unten. Von oben. und so weiter und so fort. Viel Spaß beim Üben.